Oka, was machen wir? Ähm, wir lernen heute wieder sehr interessante Sachen. Was machst du eigentlich hier? Magen wir Bisco heute Abend, Opa? So viel ist heute Abend nicht. Ich will aber nicht. Nein, du gehst nicht aus dir zu gewalt. Aber ich bin zwar traurig. Bisco, ich spiel zu gewalt. Nein. Was? Ich hab letztens auf RTL gesehen. Auf RTL ist alles ausgedacht, Opa. Nein. Doch? Nein, RTL. RTL ist real. Einmalhin alles drin. Das war real. Ja, real. War alles real. Nein? Komm schon. Warum denn? Ja. Du bist ein kurzer. Opa. Ja, ich hab das vorher. Das ist alles drin. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ich hab das nicht mehr. Oh, was? Oh, was? Oh, was? ok und auch Hallo? Körbel was nicht? Lüft die Teichentücher aus, sie waren teuer. Lüft die Teichentücher aus, sie waren teuer. Hallo? Muss ich den eigentlich immer dreimal ziehen? Dann bin ich nicht lustig. Guck mal, die Teichentücher sind sogar von Real. Da ist eine Finger drauf. Verfolg ihm nicht. Ich hab dir gesagt, sie sollt dein erstes Spray Feuer nehmen. Sorry, die Teichentücher machen. Oh, das warte ich jetzt hier. Ja, 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 ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht schlafen. Natürlich nicht oft festlegen, wie ich ja so meine bin ich auch. Ja. 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 Ja.